Diese hier zum Kauf angebotene neuwertige 2-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Hersheim. Die Immobilie wurde 2006 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 94 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 143.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.